Chinesisch! Ach, weißt du, warte, ich übersetzte die nächste Klassenarbeit auf chinesisch. Auf was? Auf chinesisch. Ich mach noch eben kurz hier eine Folge. Ja, ich mach das noch gleich für meinen Kanal, die Folge. Kannst du ruhig machen. Oder lass einfach deinen Teil des Intros raus. Plus Musik. Plus Musik. Steuerung. Entfernen. Nein, einfach nur Steuerung, wenn du zwei Elemente anklicken möchtest und einfach entfernen, wenn du es entfernen möchtest. So, wir hatten gerade eine kleine lustige Situation. Fabian hat seine erste Redstone-League-Kursarbeit gemacht und ich bin gespannt, wie die ausgefallen ist. Denn ich würde es gleich kontrollieren. Vielleicht ist es auch schon ein Level höher zum Professor der Redstone-League, wie ich es auch bin. Also ich bin jetzt, ja, Professor der Redstone-League. Allerdings vielleicht ist es auch an das gleiche Level höher, wie man es auch im Englischen sagt. Dann hab ich mal ja nie noch das hier. Ja, mein Intruder, genau. Ich habe keine Angst, ich mach das gleich alles. So, dann haben wir folgendes. Hier haben wir unser Teil. Hier kommt das hin. Hier kommt das dahin. Dann haben wir es auch schon. Yes, nice, genius, 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 yes, 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 yes. Ach, weißt du, was wir eigentlich gleich machen könnten? Wir könnten auch noch kurz ein Tutorial aufnehmen. Ich habe jetzt für heute kein Tutorial. Könnten wir ja gleich machen, schnell. Es wird heute nichts technisches sein, kann ich dir so viel vorraten. Ich habe jetzt einfach mal kurz was Einfaches. Und so mal eine Tastenkombination und so weiter. So, dann. Äh, Fabi, das könnte für dich auch interessant sein, was ich jetzt hier gerade gebaut habe. Ja, denn ich habe hier weitergearbeitet. Ähm, es war folgendes. Den Windows-Ink-Arbeitsbereich kann ich immer kurz wegnehmen, indem ich einfach hier darauf klicke. Windows-Ink-Arbeitsbereich. Escape. Genau. Jetzt immer noch Aufnahme zurecht drücken. Genau. Hab das. Ähm, folgendes. Wir haben ja hier, das ist ganz sehr dieses System hier, bis hierhin, woran ich getrüftet habe. Jetzt habe ich das hier nochmal hier so gemacht und hier eine intelligente Weiche eingebaut, soweit ich jeden Minecraft nötig wird. Wird dieses weiter sich umschalten und das will ich auch jetzt noch hinzufügen, dass wir hier hinten Redstone-Signal rausbekommen für eine Redstone-Leitung, die jetzt Minecraft los schickt. Das sieht gut aus. Ja? Und dann haben wir das eigentlich auch durch. Ähm, wie gesagt... Ne, das muss ich sogar noch vermeiden. Und ich gehe wieder F3n. Also, ihr kennt es ja von mir. Ich fähre auch hier mal kurz. Hier ist nur ein Redstone-Block. Zack. Und jetzt kann ich einfach mal hochgehen. Und wir sehen, die Weiche ist geschaltet. Das ist eigentlich der Clou dahinter. Was ich jetzt eventuell noch machen werde, ist noch einen kleinen Monostable. Also einen Signalverkesser zu machen, um das Ganze relativ kurz zu halten, nicht groß. Oh! Wir haben noch eine halbe Minute, aber der Signalverkesser geht relativ schnell. Und zwar... Zack. 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 Und... Zack, ich überziehe... Und Fabi, habe ich dir was gesagt, dass es schnell geht? Hm? Habe ich jetzt nicht gesagt, dass es schnell geht? Zack. Hast du's schon? Ja, es ist schon fertig. Und somit ist auch unsere Folge fertig. Hier haben wir schon die Abendkarte im Hintergrund. Das ist Raren Toller. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.